Musik 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 Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Final Fantasy X Remaster auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge sind wir endlich auf Luca angekommen. Die Stadt, wo das große Blitzpartout hier stattfindet. Und wir haben auch den Erdprinzen kennengelernt und wir haben am Ende erfahren, dass sich Orwen in einem Café in Luca aufhält und wir sollen jetzt ihn suchen und finden. Und ob wirklich Orwen dort ist, werden wir jetzt in diesem Video, in diesem Part jetzt wieder erleben. Und irgendwann kommt ja bald das Blitzballturnier. Und schon mal als kleine Info vorweg, ich werde versuchen beim Blitzballspiel, wenn es soweit ist, mir Mühe geben. Aber ich kann wirklich nicht versprechen, ob ich das Blitzballspiel gewinne, denn ich hatte mal früher Final Fantasy X auf der PlayStation 2 mal gespielt, ausgeborgt. Und da habe ich auch bis dorthin gespielt beim Blitzballturnier und da habe ich immer verloren. Ja, und das habe ich auch mal letztens mal probiert hier auf der PlayStation 5. Ich hatte es dann mal drüber gehabt, aber habe ich wieder gelöscht. Und nun, ja, jetzt geht es weiter, Leute. Wir werden jetzt so Orwen-Sumana. Was sieht nach Buhn? Albeid. Albeid. Albeid, Sykes, right? Albeid saved me the other day, and this girl Riku gave me food, and you don't understand me, do you? Oh, good. Okay, das ist also jetzt der große, äh, das große Aufenthaltsort hier, wo es Blitzball ist. Und, ja, Albeid sind nämlich unsere Gegner in der ersten Runde. Also die Albeid-Dinger, also. Und übrigens, Albeid, davon habe ich jetzt auch ein paar Bücher. Sollen Sie ein paar Bücher besehen haben, diese Albeid-Bücher? Ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe, so gut es geht, alle, ähm, gefunden, wie es jetzt ein Spiel gibt. Aber es soll noch mehr Bücher geben. Und, ja, wir gehen erstmal hier in den Fragenkasten, was ihr hier sagt. Bald wird das Premiere-Schnitt, die Spieler mögen sich in den Kabinen einsetzen. Ja, aber ich habe was anderes zu tun. Boah, das sieht so cool aus. So, da ist, finde ich, da, wo das Stadion ist. So, da ist es so gut, wie es da ist, wie es hier sind. Das ist einfach nicht so weil, wie ist es. Und, also, wie ist es so eine Ahnung, wie ich ihr hier im Schauspiel kommt. Na, da ist es so gut. So, jetzt ist es nicht so, wie ich das ist. Ich hoffe, dass wir uns nicht verabschieden sind. Yuna! Huh? Was ist das? In Zanarkin, wir machen das, um Blitz zu spielen. You try it, auch. Put your fingers in your mouth like this. Like this? Uh-uh. Not like that. This. Then, you just blow. Yuna, versuchst du das Pfeifen. It's not working. Practice! Okay. Hey, use that if we get separated. Then, I'll come running, okay? Hm. Well, guess we should just stick together then, until you can do it. Yes, sir. Oh, voll putzig. Uh, yeah. Then, we'll do it again. Oh, Juna's on our side. Oh, hi, Juna. Wow. This is a pretty big town. Luca is the second largest city in Spira. Luca. I thought every town was little, you know, like Besaid and Kilika. Towns don't usually get bigger than that. Because when a lot of people start to gather... Sin? Hmm. What about Luca? It's safe here? It's not any different, but the stadium is here. The Crusaders fight to protect it, with all their strength. They protect the stadium? Blitzball is really the only entertainment that we have. Spira's a little short on fun these days. Whoa. Talk about pressure. Huh. That's right. Is Zanarkand like this too? Hmm. Well, there are more buildings. All tall ones. And cramped together. Oh. They must be so tall. Don't you ever get dizzy? Let's go find Sir Orin! All right. That's right. Oh, here's someone! Hello, everyone. Hi. 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 Ich habe immer so viele Items. Häuschen habe ich 7. Phönix wieder 3 und Ande wird 2. Wie habe ich denn Ande? 2. 3. Gut, ich werde jetzt mal ein paar Phönix wieder kochen. Nummer 5. Kochen. Mach 30. So. Wow. Alles klar, gut. Dann gehen wir mal weiter, Leute. Wir wollen ja zu Oran süßen. Wir sollten ja diesen Kaffee hier aufhalten. Luca. Ist das besagte Kaffee? Ha. Oran's not here. Hm. Oh. 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 Why not talk, Kimari? Not see Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ronso. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Hehehehe. 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 Kimari forget Ronso, friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ronso. Maybe taught too much. Oof. Take him on. Hehehehe. 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 Oh ho 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 ho. Now get outside. The tournament's starting, ya hear? The game! Today on this glorious day, players from all over Spira have assembled here to participate in this great contest of bravery, skill and strength. All of these fine teams equally renowned deserve to win the cup today. Such is the nature of this contest. Let us, the spectators, play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may heaven be with you. the 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komori, Yuna's gone! Where in Spira have you been? Huh? Yuna's been kidnapped by the Albed Sykes. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. What? If they're only Blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This will be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game. As if they needed to. I mean, how good a team can they be? Wakka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Albed boat is in dock 4. Let's go. Wait, wait. What? Yuna is in the third world of the Albed Sykes. Oh my god. And also, it begins the first game and we need to find Yuna. Oh. Genau, ob das was führt, ist die nächste Frage. Dann müssen wir jetzt aber schnell zu ihr hingehen. Aber Leute, ich würde sagen, wir tun nur noch schnell gucken. Sie können kein Spieler sein. Das Spiel ist einfach begonnen. Ja. Das drin ist ja meine Mannschaft. Okay. Ich würde sagen, ich speichere erst mal hier. Und wir sind es dann. Und ja. Dann werden wir Yuna retten. Also bis dann. So. Gespeichert ist. Und wir machen jetzt auf den Weg, Yuna zu befreien. Leute, macht's plass. Ich muss Yuna retten. Oh. Aber wir werden... Oh, alles klar. Ähm. Dann werde ich erst mal euch anfeuern. Wir werden jetzt erst mal aufgehalten. Alles klar. Wir werden jetzt mit... Kilo's angreifen. Und was wechselt. Juhu. Aber ich denke, es wird jetzt... also wenn das nicht aufgehalten werden so dass ich bin die alles gewesen sein natürlich wir werden sie dann aber hier kann man ja nun anfeuern so klima wo war ja die kreis im jahr und hoffs protagonisten an und die marie macht den rechten wer so ich würde sagen wer das mal heilen muss alle wieder gehalten damit wieder auf gehalten oder nicht das ist keine chance lunas zu retten machen das so viel fahren daneben sehr schön lulu mit ihren blitz weg das wird sie übernehmen Das ist ein Moppy. Was ist mit diesen Leute? Das ist ein Moppy. Also, Lulu wird hier mit dem Slip anquillt. Wir werden nochmal anfeuern. Was ist das? Wir nehmen uns gar keine Ruhe hier. Puh, das war jetzt mein Volltreffer. Damit ist der Erste weg, der Nächste zu sein. Nur mit ihrer schwarzen Magie. Das ist ein Moppy. Das ist ein Moppy. Das ist ein Moppy. Oh nein! Oh nein, der arme Waka. Wenn wir uns nicht bald beeilen, dann haben wir ein großes Problem, Leute. Das ist ein Moppy. Wir gehen. Das ist ein Moppy. Oh oh! Boss time, Leute! Boss time! Oh! 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 Was hat die Moppy. Dann müssen wir, was wir jetzt machen. �ulos kann uns über virtualen Magie... Den Kran mit Strom versorgen! Der Kran hat mich etwas bewegt, ja. Ich glaube, wir müssen den erstmal mit 4 Strom versorgen. Oh oh! Lulu hat Probleme, Leute. Auch die Mario hat Probleme. Ich glaube, ich muss erstmal Lulu heilen. Ach, die kriegst du mir jetzt krank. Sehr schön. Lulu, du bist sehr öfter. Ich brauche schon die Mario. Und dann wird Lulu dann mit der schwarzen Magie den Kran in Bewegung setzen. So, und jetzt können wir den Kran benutzen. Achtung, der Kran kommt! Und... Und... Oh! Lobby! Und... Und damit ist es... Für sieg, Leute! Und tschüss! Und da ist Juna! Wir haben Juna bescheid, Leute! Ich hoffe, dass du sie verletzt hast. Ein bisschen. Was ist das? Das war die Kran, die mir verletzten, als ich zu Spira kam. Sie haben mich auf ihren Spuren. Sie haben mich sogar mit dem Essen. Ich hatte mir einen Kran. Ich dachte, dass das gleiche Kran wäre. Aber es ist nicht. Ich weiß, ob sie alle wieder sind. Was hat sich gemacht? Sin kam neben uns. Ich habe es gut gemacht, aber ich weiß nicht, was hat sich mit ihren Spuren passiert. Um, was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait, so that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Wakka about Yuna's lineage. The thing about Wakka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Wakka! I thought I told you not to tell Wakka. The game! Oh! 30 seconds left! The aurochs are launching an all-out offensive! A long pass from Lenny! It goes through! Oh! Oh! He shoots! Goal! Unbelievable! The aurochs win the match 3 to 2! We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey! Aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Wakka that, right, Lulu? And I don't think Wakka would ever try to take Chapu's place. You don't want to finish that sentence. Oh, was sagt man dazu? Die, wir sehen auch, haben es doch noch geschafft, gegen die Alp Welt mit 3-2 zu gewinnen. Und nun steht das Finale an, Leute. Das heißt, wir werden ins Finale auf einen Gegner treffen, mit dem wir es ganz vorsichtig ist und unter den Ohren haben. Aber ich würde sagen, das Finale und damit auch mein Versuch beim Blitzball zu gewinnen oder zu verlieren, wird im nächsten Fall passieren, Leute. Also, ja, es war wirklich jetzt hier los. Wir haben es zwar irgendwo nicht gefunden, dass ich wohl ja Junan führt und wir haben sie jetzt dennoch gerettet und das soll sowas heißen. Gut, also, im nächsten Fall werden wir dann das Blitzball-Spiel machen, das große Finale und ich kann euch nicht versprechen, dass ich nur das verlieren. Weil, das ist nicht so, wenn man gewinnt oder verliert, das hört ja davon eine Story dann ab. Das ist ja dann Story dann bedingt. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr konntet das Video mit Freuen genießen. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder ihr könnt das Video ein Like geben oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das gemacht habt. Dabei werdet ihr mich unterstützen, sowohl meinen Kanal und meine Community wird dadurch etwas größer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und auch dann mit dem Blitzball-Spiel. Ich werde es mein Bestes geben, aber versprecht kein Feuernis. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy X. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss! Euer Christian. Keuernis Vielen Dank.